Logbuch Eintrag Nummer 33, Captain Kirk Beard am Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Unser Außenteam hat es geschafft, die alte Fischerstadt zu erreichen. Sie versuchen gerade unbemerkt durch die Piratenwachposten zu kommen oder sie so gut wie möglich auszuschalten, was ihnen wohl scheinbar dank eines Tricks unseres Shadows zu gelingen scheint. Drücken wir ihnen die Daumen, dass sie weiter so gut vorankommen. Ja, das was ich jetzt in der letzten Aufnahme getan habe, das war nicht so geplant. Aber da es so gut funktioniert hat, beschwere ich mich mal nicht drüber. So. Hier rüber daschen, dass ich die hier ausschalten kann. Und die beiden Sachen einsammeln kann. Und jetzt hole ich mal die beiden hier nach. Oh, die beiden sind da oben ja auch noch übrig. Ähm, da runter bitte. Da rüber. Da hoch. Die bewachen nämlich auch noch was vom Wert. Ähm, jetzt da hochwerfen. Direkt daneben, Mist. Ähm, direkt daneben, Mist. Gut, laden wir den letzten Quick Save mal kurz. Oh, da sind wir immer noch hier oben. Von hier aus kann ich sie aber ziemlich gut abballern. Wohohoho. Genau. Softab. So. So. Kann ich von hier aus auf die schießen? Kann ich. Tatsache. Da ist mir jetzt die Säule wieder im Weg. Das muss nur du versinken. Ich glaube immer noch nicht, dass das so gedacht ist, aber ich mache es einfach. Ja, und ich schieße auch gerne daneben. Krass, ey. Echt krass, ey. Echt krass, ey. Geh weiter, bitte. Ich will nicht da drin versinken. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob das so beabsichtigt war. Aber ich hinterfrage es jetzt einfach mal nicht. So. So. Ich frage mich gerade, ob es da oben auch noch was geben würde, aber sieht nicht danach aus. Also schicke ich die beiden jetzt mal hier durchs Sumpfgebiet durch und ziehe jetzt den Shadow nach. Also ja, ich glaube schon, dass es irgendwie geplant war, von der erhöhten Position aus irgendwie die Gegner zu beschießen. Aber nicht, dass man sie jeden Tod lockt, so. So. Rohen Stein. Wir haben ja jetzt gerade wieder ziemlich viele Steine eingesammelt. So, da wir gerade gemerkt haben, dass wir doch den Inner Shadow mal brauchen. Den zweiten kriegt ihr den auch. Smash, Smash Fist spart sich mal für Powerful Acceleration auf. Und du hast auch wieder zwei für das bessere Shield. Das ist gut. Ja. So. Mal gucken, ob wir wieder Steine übersehen haben. Das wird uns ja netterweise immer angezeigt. Ja. Okay. Da ist schon mal ein Energiekristall, den ich übersehen habe. Und da ist auf jeden Fall ein Zwergenstein, den ich übersehen habe. Gut. Das heißt, es fehlt noch einer, oder? Einfach ausprobieren. Probieren geht überstudieren. Quicksafesicherheitshalber. Ja. Wie gesagt, die Zwergensteine, und jetzt sage ich es endlich mal richtig. Mittlerweile, die lasse ich nicht liegen. Weil jede Fähigkeit, die wir haben, sieht man ja vereinfacht das Ganze ein bisschen. Oh, und ich habe ihn auch, glaube ich, schon gesehen. Jo. Dankeschön. Und dann alle Zwerge nochmal zur Runde, dass wir gucken können, ob wir noch was vergeben können. Das klingt besser. Ja. Das klingt besser. Gut. Hm. Hm. Dann kriegst du Powerful Acceleration Stufe 2. Hm. Ja. Hm. Ja. 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 Und dann ist das eigentlich gut. Das klingt gut. Ich sehe das Hauptpartnerzpark und einige Trackerteams, die in unsere Richtung gehen. We need to stop them before they see the caravanners Stop pirate trackers Okay So ein Tracker Team zu stoppen dürfte ja nicht jetzt allzu schwer sein wenn es nur kleine Teams sind Vor allem wenn wir an Heilsteinen kämpfen können Okay 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 Den Fernkämpfer Muss meinen Shadow am besten ausschalten Oh da war eine Bombe dabei Mission fehlt Okay 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 wenn ich nur wüsste welche ich als erstes stoppen muss Wahrscheinlich die hier Für euch Das Problem ist Ich sehe jetzt gerade keine Trackers mehr Ich weiß nicht wo ihre Teams rein und raus latschen Äh Nein 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 Das ging voll daneben Das hat jetzt getroffen Ah zum Glück Beleb du den mal wieder Also so wie es aussieht kommen immer nur zwei Tracker Teams Oh scheiße Da kommen drei Tracker Teams Äh Äh Mist Die sind rausgekommen Okay Ich muss die irgendwie immer ein bisschen anpissen Und ich muss in der Nähe des Heilstalls bleiben Das ist auf jeden Fall wichtig Aber ja so ein kleines Hintermizel ist gar nicht mal so schlecht Das ging voll daneben Das ging voll daneben Weg Weg mit dem Weg mit dem Weg mit dem Achso die sind da unten schon unterwegs Hey ihr Okay Wo ist mein Shadow Äh Nein Nein das war auch nicht gut Gut Abschluss Logbuch Eintrag Nummer 33 Captain Kirk Wir haben ein Notsignal von unserem Außenteam erhalten beziehungsweise ein Warnsignal dass mehrere Aufspürungsteams der Piraten unterwegs sind um die Karawanen Leute wieder einzufangen Das Außenteam versucht jetzt sein bestmöglichstes um diese Aufspürungsteams auszuschalten Hoffen wir mal dass es ihnen gelingt Kirk Beard Ende